Die haben wir jetzt beiseite geschafft. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, hier auf diesem Baufeld ca. 25 Wohneinheiten zu errichten, inklusive einer Begegnungsstätte bzw. eines Bürgerhauses, was wir dann hier an die Gemeinde übergeben wollen. Weiterhin wollen wir hier Leistungen, soziale Leistungen anbieten. Wir haben hierzu einen Verein gegründet, der nennt sich Leben, wie du willst. Und ich hoffe, dass wir da, ich sag mal, doch die breite Masse hier aus der Region ansprechen, um das Bauvorhaben einfach zum Gelingen zu bringen. Ich bin gerne gekommen, weil ich das Projekt so gut finde. Sie haben mir das ja damals schon geschildert. Und diese Idee zu sagen, auf der einen Seite für eine älter werdende Gesellschaft, für ältere Menschen barrierefrei zu wohnen, aber eben diese nicht isoliert wohnen zu lassen, sondern zu mischen mit jungen Familien, mit einem Gemeinschaftshaus, wo man sich treffen kann, das ist eine Kombination, die ich ganz persönlich, glaube ich, auch eine der Ersten, die das so macht, in Sachsen-Anhalt zukunftsweisend finde. Und ich will mal den Bogen etwas größer schlagen, obwohl ich nicht lange reden will. Es gibt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die hat mal untersucht, alle Bundesländer verglichen, die Wirtschaftskraft, wie geht man mit Migration um, aber es ist auch gefragt worden, wie stark ist die Verbundenheit der Menschen in dem jeweiligen Bundesland zu ihrer Region. Und in Sachsen-Anhalt sind 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger der Auffassung, dass sie eine sehr starke Beziehung zu ihrer Region haben. Das ist ein gutes Ergebnis für unser Bundesland, nach 28 Jahren Wiedervereinigung, das ist immerhin Bindestrichland. Das zeigt aber auch, wenn man es mal runterbricht, dass die Menschen Heimat haben wollen. Und zur Heimat gehört, dass man gewisse Dinge vorhält, dass man eine lebens- und liebenswerte Gemeinde ist, dass man Sportvereine hat und dass die Menschen unterschiedlichen Altersstrukturen zueinander finden und miteinander leben. Und das wird hier vorgemacht und insofern ist das, was sie bauen, auch ein Stück gelebte Heimat, auch im Hinblick auf den demografischen Wandel, den wir haben. Also ich wünsche Ihnen alles Gute, auch den wirtschaftlichen Erfolg, der dazu gehört, den brauchen Sie auch, nicht nur Umsatz, auch Gewinn am Ende, das gehört alles dazu. Und in dem Sinne, Unfallpreis bauen, gute Vermarktung und alles Gute Ihnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Zwei, drei.